der leichensee nicht weit von dem dorfe rizin welches ungefähr anderthalb meilen von penkun liegt findet man einen hohen langen berg und unterhalb desselben einen see welcher der leichensee genannt wird auf dem berge der jetzt mit buschwerk bewachsen ist hat in früheren zeiten ein raubschloß gestanden von welchem man noch hin und wieder mauerwerk im gebüsch auffindet der ganze berg heißt deshalb auch der burgwall die räuber die in diesem raubschlosse gehauset haben die leichen der von ihnen erschlagenen in den see geworfen woher dieser auch den namen erhalten haben soll die ermordeten und die mörder sollen noch jetzt in mancher nacht um den see herumgehen und es wagt sich in der dunkelheit niemand gern in die gegend eine andere sage erzählt hierüber ausführlicher folgendes der leichensee liegt gerade in der mitte von den stillen auf denen früher zwei burgen gelegen haben und wo noch jetzt die beiden dörfer löckenitz und ramin sind diese beiden burgen gehörten einem wüsten raubritter namens hans von ramin der rando fluß der durch den see fließt war damals noch schiffbar es trug sich daher häufig zu daß schiffe durch den see kamen diesen passte nun der ritter mit seinem raubgesindel von beiden burgen aus auf und er hatte eine sinnreiche vorrichtung gemacht wie er sie fangen könnte er hatte nämlich quer über den see zwei ketten ziehen lassen die ungefähr fünfzig schritte voneinander entfernt lagen und zwei zoll über dem wasser ganz stramm angezogen waren wenn er nun ein schiff von weitem ankommend sah dann versteckte er sich mit seinen leuten in dem rohr und schilfe am ufer des sees und ließ die vordere kette schlaff so dass sie unter das wasser ging so wie aber das schiff darüber weg war zog er sie wieder straff an und wie nun das schiff zwischen den beiden ketten fest saß und nicht ein noch aus konnte fiel er mit seinem raubgesindel darüber her er schlug die mannschaft und nahm alles gut für sich die leichen wurden in den see geworfen nach der seite des langen berges hin oft traf es sich dass die räuber auf dem schiffe eine größere mannschaft fanden als sie erwartet hatten dann läuteten sie eilig eine große glocke die sie eigens zu diesem zwecke am ufer aufgehangen hatten worauf ihnen von den beiden burgen hülfe kam diese glocke ist nach dem tode des ritters in den see gestürzt darin ist sie noch und am johannistage kann man sie des mittags um zwölf uhr darin läuten hören sage 161 die räuberhöhle bei schmölle bei dem dorfe schmölle nicht weit von jenem leichensee findet man eine große höhle noch jetzt die räuberhöhle geheißen diese ist der schlupffwinkel des hans von ramin und seiner genossen gewesen worein sie alle ihre geraubten schätze gebracht hans von ramin hatte einen bruder der in schmölle wohnte und der ebenso gottlos war wie jener der hatte einstmals ein adliges fräulein der gegend geraubt mit welcher er in diese höhle flüchtete hier wollte er sie zwingen ihm zu willen zu sein wie die jungfrau sich aber hartnäckig zur wehre setzte ließ er ihr den kopf abschlagen der geist dieses fräuleins ist nachher noch lange um die räuberhöhle herumgegangen zuletzt hat sie vor noch nicht gar zu vielen jahren ein schäfer gesehen dieser weitete in der gegend seine herde als er auf einmal einer ganz schwarz gekleideten jungfrau ansichtig wurde die am eingange der höhle stand und ihm winkte zu ihr zu kommen anfangs graute sich der schäfer am ende nahm er sich aber ein herz und ging zu ihr und folgte ihr in die höhle hinein hier fand er viele und große haufen von schätzen und die jungfrau sagte ihm dass er davon nehmen könne so viel er möge dass er auch alle tage aber nur um dieselbe stunde wieder kommen könne darauf erschwand sie der schäfer tat wie sie ihm geheißen hatte und er ist ein reicher mann geworden die jungfrau hat man aber seitdem nicht wieder gesehen nur am johannistage soll man in der höhle noch schwache klagelaute hören sage 162 das versunkene schloss bei plate wenn man von plate nach danzig geht so sieht man nicht weit von der ersteren stadt linke hand am wege einen hügel der mit strauchwerk bewachsen und mit großen steinen bedeckt ist hier soll ein schloss versunken sein auf dem früher grausamen ritter ihr wesen getrieben haben man hat davon noch jetzt einen beweis in der nähe des schlosses hat nämlich noch ein anderes schloss gelegen die herren der beiden schlösser haben miteinander in krieg gelebt und der in dem versunkenen schloss hat die tochter des anderen geraubt und sie einmauern lassen dieses fräulein sieht man nur noch jede nacht auf jenem hügel sie ist ganz weiß gekleidet und hat ihre haare lang herunterhängen so geht sie weinen zwischen den steinen umher vor mehreren jahren hat hier auch einmal ein tagelöhner einen pferdefuß mit einem goldenen hufeisen gefunden der mann ist aber von dem augenblicke an wie von einem bösen geiste besessen gewesen und bald darauf jämmerlich gestorben sage 163 das versunkene dorf im madürsee an dem madürsee lag vor zeiten ein dorf in welchem viele räuber und andere gottlose menschen wohnten besonders hatten sie es auf die mönche des benachbarten klosters abgesehen und sie plünderten diese aus so oft die brüder mit ihren eingesammelten gaben heimkehrten einst am sankt johannistage kam auch ein mönch mit vielen gaben die ihm die frommen leute der umgegen geschenkt hatten an dem see vorbei um in sein kloster zurückzukehren die räuber hatten ihn gewahrt und auf einmal fiel ein großer haufe von innen über ihn her nahm ihm alles und schlug ihn blutig ohne auf sein bitten und wehklagen zu hören da verfluchte der mönch sie auf ewige zeiten augenblicklich erhob sich ein schrecklicher sturm und unwetter die wellen im madürsee stiegen in die höhe wie schreckliche gespenster und drangen auf das dorf ein und verschlangen es also dass es mit mann und maus in dem grunde des sees vergraben wurde dort unten liegen die räuber nun und haben nimmer ruhe denn der mönch hat sie auf ewige zeiten verflucht am johannistage kann man noch alle jahre die glocken des dorfes unten im see läuten hören es darf als dann kein schiffer sich auf den see wagen denn das wasser verschlingt an diesem tage alles was sich ihm nahet sage 164 die alte stadt bei werben in der gegend wo jetzt das städtland werben an dem madürsee liegt hat vor alten zeiten eine große und schöne stadt gestanden in derselben haben lauter reiche leute gewohnt die haben keine andere kleider getragen als von samt und seite und sind nicht anders gefahren als in kutschen mit sechs pferden bespannt es war auch eine prinzessin darin die wußte vor allem ihrem reichtum nicht was sie tun sollte zum abendbrot aß sie nur das gegröße von heringen so daß sie dazu jeden abend ganze tonnen voll heringe verbrauchte nun geschah es aber daß eine teure zeit ins land kam und die anderen leute zuletzt gar nichts mehr zu beißen und zu brechen hatten da gingen die bürger zu der reichen prinzessin an die noch keine not gekommen war und fielen vor ihr auf die knie und baten sie mit gerungenen händen um brot die prinzessin aber hatte ein hartes herz und sie tat daher als hörte sie die leute nicht und wie diese gar nicht wieder gehen wollten da ließ sie zuletzt ihren hundejungen kommen der mußte mit der hundepeitsche die armen menschen vom hofe jagen diese riefen ihr wohl zu wie der liebe gott gegen solche hartherzigkeit ein einsehen tun werde aber sie machte sich nichts daraus und wie es wieder abend wurde so ließ sie sich wie sonst zwei tonnen heringe bringen von denen aß sie das gegröße und das fleisch ließ sie in die mati werfen weil sie es den armen leuten nicht gönnte dabei ging sie in ihrer verstocktheit so weit daß sie über nacht die straßen der stadt mit salz bestreuen ließ als wenn es die ganze nacht durchgeschneiet hätte darüber fuhr sie am andern morgen in einem schlitten den sie mit dem feinsten weizenteig hatte beschmieren lassen und vor dem die pferde anstatt der schellen mit lauter semmeln behangen waren aber für solchen frevelmut kam die strafe denn es fuhr plötzlich vom himmel ein blitz herunter der schlug sie und ihre pferde tot und riß ein großes loch in die erde das die ganze stadt hineinsank und zugrunde ging seitdem ist der matisö darüber gegangen in diesem kann man auf sankt johannis mittag die glocken der versunkenen stadt noch läuten hören und wenn großer sturm ist so wirft die matü noch oft die menschenschädel und nägel und messer heraus und andere sachen welche die leute gebraucht haben sage 165 das pommersche sodom und gomorrah in der gegend wo jetzt die stadt gütsko liegt war früher eine stadt die sehr in sünden lebte so daß gott ihren untergang beschloss wie den von sodom und gomorrah es erbarmte ihn aber der einwohner und er schickte ihnen daher einen engel der sie von dem unglücke warnen und aus der stadt hinaus führen mußte der engel gebot ihnen auch dabei daß sie sich nicht umsehen sollten wie nun aber die stadt mit schrecklichem geräusch in die erde versank da war eine frau die ihrer neugierde nicht wehren konnte eigentlich umsehen wie lots weib wollte sie sich nicht sie bückte sich deshalb und sah zwischen den beinen zurück aber augenblicklich wurde sie in einen stein verwandelt und ebenso geschah es ihrem hunde der sich gleichfalls umgesehen hatte die beiden steine sieht man noch heutiges tages an dem größeren in den die frau verwandelt ist kann man noch deutlich die gestalt eines menschenkopfes erkennen nicht weit davon ist der see in den die stadt versunken ist die stadt hat mehrere türme gehabt die noch aufrecht im wasser stehen denn es begegnet den fischern oft da sie mit ihren netzen auf die turmspitzen geraten sage 166 der schwarze see bei krimmen die stadt krimmen hat früher an einer anderen stelle gestanden als jetzt nämlich da wo heutiges tages der sogenannte schwarze see ist die stadt ist allda versunken mit allem was darin war wann und wie dies geschehen ist weiß man nicht mehr denn es ist schon viele hundert jahre her aber daß es wahr ist beweiset der schwarze see den man an ihrer stelle findet derselbe liegt ungefähr eine achtel meile von der jetzigen stadt krimmen links am wege nach krellenberg er ist länglich rund ungefähr siebzig schritte lang wo er am längsten ist und sechzig schritte breit wie tief er ist das weiß kein mensch denn er soll gar keinen grund haben er ist rund umher mit kleinen ahnhöhen und einem elsenbusche umgeben der boden dieses busches ist so feucht und morastig dass man nur in ganz trockenen sommern bis an die ufer des sees gelangen kann das wasser in diesem ist ganz schwarz und bitter es verändert sich niemals der wind mag leise wehen oder auch noch so viel stürmen der see bleibt immer ruhig und es hat noch keiner gesehen dass das wasser darin sich auch nur ein einziges mal gekräuselt hätte das soll davon kommen daß der see wie die leute sagen auf der versunkenen stadt ruhet es lebt auch kein fisch in diesem wasser und das kommt davon her daß eine geweihte kirche darunter versunken ist die glocken der kirche kann man noch oft hören sage 167 die versunkene stadt im grabo see in der gegend zwischen cellentin und der kumarowschen meierei im kreise demmin liegt ein see der grabo see genannt hier hat in früheren zeiten eine stadt namens grabo gestanden die einstmals durch eine erderschütterung zugrunde gegangen und dem see die entstehung und den namen gegeben hat die leute sagen daß man bei hellem wetter die thürme der stadt noch auf dem grunde des wassers sehen könne nahe bei dem see sieht man noch die ruinen einer burg welche von den leuten der gegend das grabo schloß genannt werden ende von abschnitt 27 abschnitt 28 von die volkssagen von pommern und rügen von jodokus temme diese librivox aufnahme ist in der public domain sage 168 die versunkene stadt im scharpshofer see an der stelle des scharpshofer sees im kreise demmin und in der kumarower forst belegen hat früher eine stadt gestanden die darin versunken ist das nähere darüber weiß man nicht mehr aber bei klarem wetter kann man unten im see die stadt noch sehen man kann sogar noch einzelne straßen deutlich erkennen sage 169 die versunkene stadt im barmsee ungefähr eine viertel meile von falkenwalde liegt auf dem wege von aal graben nach stettin mitten in der forst ein see ungefähr 200 roten lang und 100 roten breit der barmsee genannt derselbe ist schon gleich an den ufern sehr tief und soll in der mitte unergründlich sein an seiner stelle hat früher eine stadt gestanden die durch eine schreckliche erderschütterung untergegangen ist am johannistage kann man die glocken der versunkenen stadt unten im see noch hören sage 170 die versunkene stadt regermünde da wo die rega in die see ausfließt hat vor zeiten eine zwar nicht große aber reiche handelsstadt namens regermünde gestanden welcher auch der jetzige treptowsche hafen zugehört haben soll die leute dieser stadt sind wegen ihres reichtums so übermütig geworden daß sie zuletzt selbst gott den herrn verspottet haben dafür hat der zorn des himmels sie ereilt denn es ist plötzlich in einer nacht ein schrecklicher sturm gekommen der die ganze stadt in den grund des meeres gerissen hat sie ist so tief versunken daß man auch gar nichts mehr von ihr sehen kann und daß nur die sogenannten regermünder wiesen in der nähe von triptow an sie erinnern nur die kirchenglocken sollen gerettet sein und man sagt daß die glocken in der kirche zu robe von der versunkenen stadt seien sage 171 der nonnensee bei bergen nicht weit von der stadt bergen auf der insel rügen liegt ein see der ungefähr eine viertel meile groß ist und der nonnensee genannt wird den namen hat er daher erhalten daß vor zeiten auf seiner stelle ein nonnenkloster gestanden haben soll welches altar versunken und woraus der see entstanden ist am pfingsttage kann man tief unten im see die glocken des klosters noch läuten hören auch soll es des nachts nicht geheuer an seinen ufern sein und man sagt daß der see alle jahre sein opfer haben müsse der gollen auf usedom auf der insel usedom nicht weit von dem dorfe kaminka am haff liegt ein berg der gollen oder gollenberg geheißen der in ganz pommern wegen der schönen aussicht bekannt ist die man auf seiner spitze hat der ist auf folgende weise entstanden in alten zeiten lebte auf der insel usedom ein fürst der nur eine einzige tochter und viele schätze hatte er war sehr geizig und wollte daher um von den schätzen nichts zu missen bei seinen lebzeiten die prinzessin nicht verheiraten wies vielmehr alle freier zurück als er nun aber endlich starb da war die prinzessin schon in die jahre gekommen und ebenso hässlich geworden wie sie früher schön gewesen war deshalb wartete sie auch vergebens daß sich noch ein freier melden werde zuletzt erschien indes ein mächtiger zauberer der wollte sie freien aber weil er grundhäßlich war so gab sie ihm einen korb darüber ergrimmte der zauberer und er verwandelte das schloß in welchem sie wohnte in einen berg und bande sie mit den schätzen auf ewige zeiten in denselben dabei sprach er die worte do ligt dat gollen gold schall mi vol oeber holen bett stumm betan friga kümmt ob n hanstag n rein sonntags kind der berg der also entstanden war erhielt von da an den namen den er noch führt und die verwünschte prinzessin muß seitdem im innern desselben bei ihren schätzen sitzen und die hüten alle jahre auf den johannistag kommt sie heraus um zu sehen ob der stumme freier das reine sonntags kind sie noch nicht freien und erlösen will zuletzt hat man sie noch im jahre 1822 gesehen am johannistage solchen jahres spielten einige kinder aus dem benachbarten dorf am gollenberge als sie auf einmal von demselben herab kam und auf die kinder zuging die kinder liefen aber schreiend davon da sah man sie langsam und trauernd zurückkehren sage 173 die hühnengräber zu zizow auf dem buckenhagen gute zizow waren vor zeiten zwei große uralte hühnengräber im jahre 1594 hatten einstmals die greifswalder steine zu einem baue nötig und auf ihr bitten hatten die buckenhagen ihnen vergönnt die steine der beiden hühnengräber zu nehmen als nun die greifswalder steinmetze die großen steine zerschlugen da wurden sie neugierig was darunter in der erde vergraben liegen möge sie gruben deshalb danach und fanden unter dem einen grabe viele menschliche körper die waren noch ganz erhalten und ungeheuer groß sie maßen eilf bis 16 schuhe und lagen alle in einer reihe und so dass zwischen jedem ein krug stand der mit erde gefüllt war als sie sodann aber unter dem zweiten grabe dasselbe versuchen wollten da hörten sie plötzlich unter demselben in der erde ein großes getümmel als wenn getanzt und dazu mit schlüsseln gerasselt würde darüber erschraken sie so daß sie vom weiteren graben abstanden sage 174 das hühnen grab bei christo bei dem kirchdorfe christo eine meile von greifswald sieht man in einer hohen gegend am strande buco genannt ein großes hühnen grab welches noch vor hundert jahren eine länge von fünfzig schritten und eine breite von sechs bis acht schritten hatte es bildete damals ein längliches viereck und lief gegen westen hin schmal zusammen die über der erde einander gereihten steine lagen auf allen vier seiten in gerader linie in der mitte derselben fanden sich zwei gräben die fast rund liefen und sehr tief waren dieses hühnen grab ist jetzt ziemlich zerstört aber es ruhrt unter demselben noch ein ungeheurer schatz der wird in einer pfanne verwahrt und hat bisher noch nicht gehoben werden können vor mehreren jahren versuchten es einmal einige arbeitsleute ihn zu heben sie waren auch schon bis an die pfanne gekommen da erschien ihnen auf einmal der teufel wie er eine große hofscheune heranfuhr welche von vier mäusen gezogen wurde als das einer der arbeiter sah da rief er verwundert wo will die de düvel du mit hinheben und so wie er die worte gesprochen hatte war es mit dem schatze vorbei denn einen schatz den der teufel verwahrt kann man nur heben wenn man kein wort dabei spricht sage 175 der lange berg bei backendorf auf dem wege von wendisch backendorf nach krimmen kommt man an einem langen berge vorbei den haben vor zeiten die hühnen errichtet die sich damals im lande aufhielten es war nämlich zu jener zeit das flüsschen trebel nur ein kleiner bach und den hühnen nicht groß genug sie haben ihn daher tiefer gemacht und von der ausgeworfenen erde ist der lange berg entstanden sage 176 der hühnenstein bei wusterhusen bei dem dorfe wusterhusen unweit des greifwalder bottens liegt ein großer hühnenstein von demselben erzählen sich die leute dass ein hühne ihn dorthin geworfen der damit den kirchturm zu wusterhusen hatte einwerfen wollen die fünf finger des riesen sind noch in dem steine zu sehen sage 177 der riesenstein bei zarrentin eine halbe stunde vom dorfe zarrentin in der gegend von leutz liegt ein ungeheuer großer stein in welchem sich fünf runde vertiefungen finden man nennt ihn in der gegend den riesenstein von ihm erzählt man sich folgendes in früherer zeit als das christentum hier eingeführt wurde war das land von riesen bewohnt diese mussten vor dem christentum an den strand der ostsee zurückweichen darüber erkritten sie dann gegen die christlichen kirchen die sich überall im lande aufrichteten besonders hatten sie es auf den hohen kirchturm des dorfes sassen abgesehen und sie beschlossen ihn von der gegend von stralsund her welches fünfterhalb meilen von sassen entfernt ist und wo sie sich damals aufhielten mit einem großen steiner einzuwerfen einen tüchtigen stein hatten sie bald damit aber auch der wurf nicht misslinge fütterten sie dazu eigens die drei stärksten unter ihnen eine ganze zeit lang den einen mit rindfleisch den anderen mit schweinefleisch und den dritten mit hammelfleisch dem der mit rindfleisch gefüttert war gelang der wurf er traf den turm dass er einstürzte und der stein flog doch noch viel weiter bis nahe vor zarrentin da wo er noch jetzt liegt der riese hatte den stein so gewaltsam angepackt daß seine fünf fingerspitzen sich tief darin abdrückten und das sind die fünf löcher die man noch sieht der opferstein bei buschmühl an dem wege von demmin nach buschmühl liegt ein großer stein von dem man sich folgendes erzählt vor all das hat der teufel einmal in dieser gegend das regiment gehabt und man hat ihm alle jahre eine schöne und reine jungfrau auf diesem stein zum opfer bringen müssen die er dann mit sich genommen hat nachdem er zuvor mit ihr auf dem steine herum getanzt das hat lange zeit gedauert bis ihm zuletzt einstmals eine überaus fromme jungfrau geliefert wird wie zu der der teufel kommt um den reiten mit ihr zu beginnen da ruft sie in ihrer großen not laut gott um hülfe an und augenblicklich muss der teufel abziehen dabei hat er vor ingrim seine füße so tief in den stein eingedrückt daß die spuren davon nimmer wieder heraus verschwinden man sieht noch jetzt darin einen pferdefuß und einen menschenfuß denn der teufel hat einen fuß wie ein mensch den anderen aber wie ein pferd man sieht in dem steine auch noch die spur eines hühnerbeines wie die aber hinein gekommen ist weiß man nicht sage 179 der teufelsstein auf dem waterfelde auf dem waterfelde auf der insel usedom liegt ein ungeheuer großer stein in welchen die spur von einer hand eingedrückt ist man sagt daß denselben der teufel dahin geworfen habe als nämlich zu anfang des christentums in pommern eine christliche kirche zu pudalga auf usedom erbaut ist da hat der teufel sich vorgenommen dieselbe zu zerstören er hat deshalb diesen stein genommen und sich damit auf den baujoberg bei lasan gestellt von da hat er ihn nach pudalga hingeworfen allein gott der herr hat zu derselben zeit einen heftigen windstoß geschickt der hat den stein versetzt so daß er auf das waterfeld geflogen und daselbst niedergefallen ist der teufel hat bei solchem werfen den stein so hart angefaßt daß seine hand sich darin abgedrückt hat so wie dies noch jetzt zu sehen ist sage 180 der hohe stein bei anklamm das anklammer stadtgebiet war in früheren zeiten bis an die peene mit einem hohen erdwall eingeschlossen in die einfahrt dieses walles nach uckermünde hin sieht man noch jetzt einen wartturm der gar keinen eingang hat und deshalb der hohe stein genannt wird an demselben passieren viele schauerliche geschichten unter anderem sagen die leute dass derjenige der am johannistage den hohen stein ersteigt oben auf demselben einen sack voll erbsen finde die sich aber beim herunter tragen in lauter goldstücke verwandeln ende von abschnitt 28 abschnitt 29 von die volkssagen von pommern und rügen von jodogus theme diese librivox aufnahme ist in der public domain sage 181 der riesen stein bei kleptow in der nähe des dorfes kleptow unweit passewalk liegt auf dem felde ein großer stein den die leute den riesenstein nennen und von dem sie sich folgendes erzählen vor alten zeiten haben in der nähe dieses steines zwei felsen gestanden in dem einen hat ein riese gewohnt in dem anderen haben eine menge kleiner berggeister ihr haus gehabt der riese und die zwerge lebten miteinander in streit und taten sich gegenseitig manchen schabernack an wo sie nur konnten zuletzt machten die zwerge unter dem felsen des riesen ein erdbeben wodurch sie den ganzen felsen in stücke zertrümmerten darüber geriet der riese in großen zorn und er lauerte auf eine gelegenheit wie er den kleinen berggeistern wieder schaden tun könne das traf sich bald denn kurz nachher feierten die zwerge in einem teile ihres felsens ein fest bei dem sie alle versammelt waren als nun der riese ihr singen und jubilieren hörte nahm er ein gutes stück von seinem zertrümmerten felsen und warf es nach dem felsen der zwerge so dass der teil in welchem diese ihr fest feierten davon zerschmettert wurde und eine ganze menge von ihnen im fallen erschlug unter den getöteten befand sich sogar ihr könig den sie nach einigen tagen mit großer trauermusik zu grabe trugen darauf schworen die zwerge dem riesen den tod und auch dazu kam bald die gelegenheit es wohnte nämlich in der gegend ein bauer der eine schöne tochter hatte in diese verliebte sich der riese und er begehrte sie von dem bauern zum weibe allein der bauer wollte sie dem ungeschlachten heiden nicht geben der riese raubte sie daher mit gewalt nun wandte sich der bauer an die berggeister und bat sie um hülfe diese paßten darauf eine gelegenheit ab als der riese einmal im felde seinen mittagsschlaf hielt jetzt nahmen sie ein großes stück von ihrem zerschlagenen felsen das wandten sie in die höhe gerade über dem schlafenden riesen und ließen es dann auf diesen herniederfallen so dass er davon zerdrückt wurde und elendiglich darunter sterben mußte dieses felsstück das von der zeit an liegen geblieben ist der riesenstein bei kleptow man kann darin noch die spuren von dem gesichte des riesens sehen welche sich bei dem herunterfallen darauf eingedrückt haben sage 182 der riesenstein bei rehagen bei der pachtung rehagen unweit daba liegt ein ungeheurer riesenstein von welchem man sich folgendes erzählt vor alten zeiten lebte zwischen stettin und passewalk ein großer und starker riese der zuletzt des lebens überdrüssig wurde er riß daher in der gegend wo jetzt die buchsche wassermühle geht einen großen stein von fünf fuß im durchmesser aus der erde und warf ihn so weit er konnte mit dem vorsatze dort zu sterben wo derselbe niederfallen werde dicht bei rehagen eine meile weit weg fiel der stein zur erde all da erstach sich der riese sein blut soll in gewaltigen bogen über 600 schritte weit gespritzt sein und einen ganzen ackerrot gefärbt haben der davon noch jetzt der rote kamp heißt sage 183 der teufelsstein bei polschow unweit polschow im amte stettin liegt ein großer felsblock den die leute den teufelsstein nennen von demselben erzählt man sich mehrere sagen es soll nämlich am johannistage der teufel seinen mittagsschlaf darauf halten der stein wird dann so weich wie frischer käse denn man sieht ganz deutlich kopf schulter arm leib und fuß des teufels von der einen seite darin abgedrückt wenn der teufel ausgeschlafen hat so geht er in das angrenzende bruch welches davon der teufelsbruch heißt neben dem teufelssteine liegen noch sieben andere kleine steine die sieben brüdersteine genannt er solle nämlich in vorzeiten in dieser gegend sieben brüder regiert haben die haben auf dem großen steine dem teufel geopfert und auf diese kleinen steine wären des opfer sich niedergesetzt dicht dabei fließt ein bach welcher der siebenbrüderbach genannt wird sage 184 der teufelsstein bei hohen kränig unweit der stadt schwendt in der feldmark von hohen kränig erhebt sich ein hügel der koboldberg genannt auf demselben liegt ein großer stein der in einer höhe von fünf bis sechs fuß und einer breite von zwei bis drei fuß über der erde hervorragt aber noch weit tiefer in derselben liegt derselbe ist oben ganz flach und eben und es ist eine kegelplatte künstlich darin eingegraben von diesem steine erzählt man daß der teufel auf demselben an jedem johannistage kegel schiebe man kann auch deutlich sehen wie das moos das des jahs über oben auf dem steine gewachsen war am tage nach johannis ganz rein heruntergefegt ist der verwünschte schäfer in dem dorfe kartsig eine halbe meile vor naugart liegt ein großer stein mit vielen adern von dem die leute sagen daß er ein verwünschter schäfer sei es diente nämlich vor langen zeiten in dem dorfe ein schäfer der voraussagte daß er in einen stein würde verwandelt werden sein größter kummer dabei war daß er fern von den leuten einsam auf dem felde werde liegen bleiben müssen und er bat daher seinen herrn wenn er ihn einmal außerhalb des dorfes als stein finde ihn nicht liegen zu lassen sondern zu sich ins dorf zu nehmen er sagte dabei auch daß er nicht durch pferde sondern nur durch ein gespann von acht ochsen werde von der stelle zu ziehen sein nicht lange danach war die zeit des schäfers gekommen und er kehrte eines tages mit seiner herde nicht ins dorf zurück da gingen die bauern aus ihn zu suchen sie fanden aber nichts als einen großen stein mit vielen adern wie bei einem menschen der lag mitten im felde und die schafe hatten sich umher versammelt zuerst suchten sie ihn durch pferde vorzuschaffen es war aber nicht möglich ihn damit von der stelle zu ziehen als sie aber acht ochsen vorgespannt hatten konnten diese ihn ohne mühe in das dorf ziehen hier wurde er auf einem freien platze aufgestellt wo er noch liegt man sagt daß der schäfer noch einmal wieder in einem menschen werde verwandelt werden sage 186 der stein bei visko bei der kirche zu visko einem dorfe unweit greifen berg steht nahe am wege ein stein auf welchem sich ein kreuz und folgende inschrift befindet jakob wachholz gnade gott daneben ist ein büffelkopf eingehauen von diesem steine erzählt man sich folgendes vor zeiten lebte in dieser gegend das geschlecht derer von wachenholz die sehr reich waren und viele dörfer und höfe in der gegend besaßen auf diese güter hatte das kloster bellbock es schon längst abgesehen ohne dass es eine gelegenheit fand ihrer habhaft zu werden da trug es sich endlich zu dass just wachholz in dem dorf visko nicht weit von der kirche sich an einem dienstmanne des klosters verging der dort unbefugter weise ein stück wild erlegt hatte der ritter hatte zwar nicht ganz unrecht aber die mönche zu bellbock erhoben über seine gewalttat ein solches geschrei daß er in angst geriet und sein weltliches und ewiges heil von den mönchen loszukaufen begehrte das gelang ihm nur durch einen harten tausch den er mit dem kloster eingehen mußte denn er mußte an dieses abtreten seine güter wachholz hagen meyersberg herrenhof kreidenkrug hohen daresto küsin und schrupto welche alle sehr ansehnlich und einträglich waren wogegen das kloster ihm nur die geringen güter dargeslow schwedt oberschlag jarchow und molstow entgegengab zum andenken dieses ungleichen tausches nun sagen die leute wurde jener stein gesetzt und zwar auf der stelle wo das vergehen des jost wachholz gegen den dienstmann vorgefallen war der stein wurde von dem kloster solange dieses bestand stets sorgsam gehegt denn es soll bedingung des tausches gewesen sein daß er nur so lange geltend solle als der stein stehe der büffelkopf war darum auf denselben eingegraben weil die herren von wachholz einen solchen in ihrem wappen führten andere sagen an der stelle dieses steines sei ein herr von wachholz namens jakob von seinem eigenen knechte erschlagen als sie einstens von treptow zurückgekommen seien sage 187 die großen steine bei groß tycho und burzlaff auf dem felde bei groß tycho südöstlich von belgard sieht man einen ungeheuer großen stein der ebenso tief noch in der erde liegt als er über derselben zu sehen ist er ist aber noch neun fuß hoch oben ist er ganz platt und nach nordwesten steht er schräg in die höhe er ist so groß daß man vierundfünfzig schritte machen muß wenn man rund um ihn herum gehen will und die fuhrleute sagen man könne mit einem wagen mit vier pferden oben auf seiner platte umwenden ein anderer großer stein hat früher bei dem dorfe burzlaff gelegen welches eine gute strecke von groß tycho entfernt ist von diesen beiden steinen erzählt man sich daß der teufel sie dahin geworfen habe das soll in folgender weise zugegangen sein zu groß tycho lebten einmal herren die mit dem teufel einen pakt machen und sich ihm verschreiben wollten sie hatten sich schon mit ihm eingelassen der teufel hatte ihnen viel geld und gut versprochen und hatte sie um richtige sache mit ihnen zu machen in einer nacht nach zadko drei viertel weges von groß tycho bestellt sie sollten ihn da auf einem großen steine treffen der dicht bei dem dorfe lag als aber die abgesprochene nacht herankam da wurde den tychober herren die geschichte arg bedenklich und sie sahen ein welch eine große sünde sie gegen den lieben gott zu begehen vor hätten sie ließen daher den priester zu sich rufen und vertrauten ihm ihre not an und baten ihn daß er statt ihrer zu dem großen steine nach zadko gehen und dem teufel sagen möchte die sache sei ihnen wieder leid geworden der priester war ein frommer und kluger mann und er übernahm sich die sache er machte ein kreuz und bar den lebengott daß der ihm beistehen möge und dann machte er sich in der bezeichneten nacht wohlgemut auf den weg zu dem steine all da traf er den teufel schon der auf die tychober herren wartete der geistliche hatte anfangs vorgehabt den bösen geradezu die geschichte zu erzählen und ihn aus der gegend zu bannen aber wie er so ganz allein vor ihm stand so verging ihm doch sein mut und er sah ein dass es besser wäre zur list seines zuflucht zu nehmen er machte dem teufel daher allerlei finden vor woraus dieser nicht recht klug werden konnte damit hielt er ihn auf und die zeit verstrich bis auf einmal der hahn in zadko anfing zu krähen da merkte der teufel daß er betrogen war und er warf voll zornes dem priester vor daß die herren von tycho ihn betrügen wollten der priester hatte aber jetzt mut bekommen und er sagte dem andern geradezu daß die herren in sich gegangen wären und nichts mehr mit ihm zu tun haben wollten darauf sah sich der teufel wild um und er wurde ganz grimmig und toll und zuletzt nahm er den großen stein auf auf dem er gestanden und warf ihn hoch durch die luft um die herren in tycho damit tot zu schmeißen in seinem eifer war er aber ungeschickt und der stein fiel in zwei teile der eine kam bei dem dorfe burzlaff zur erde eine halbe meile weit von zadko das größere stück aber fiel eine viertel meile weiterhin dicht bei groß tycho der stein bei tycho liegt noch jetzt das stück das bei burzlaff niederfiel ist aber nachher von einem bauern genommen der sich eine scheunendiele davon gemacht hat das große loch worin der stein bei zadko gelegen ist da selbst noch jetzt zu sehen es heißt die fundelkohle einige leute erzählen die geschichte von den beiden steinen anders der teufel soll sich nämlich den großen stein bei zadko in einem sacke haben holen wollen weil der sack aber ein zu enges loch hatte daß der stein nicht hinein konnte so mußte er diesen entzwei brechen dabei hielt er sich nun zu lange auf und der hahn fing gerade an zu krähen als er fertig war und den stein in dem sacke auf den nacken nahm da fing er an gewaltig zu laufen aber darüber riß der sack entzwei und er verlor das eine stück von dem steine bei butzlaff und das andere auf dem felde zu tycho man glaubt auch daß unter diesem steine der alte heidnische götze triglaff aus purem golde liegen soll die heiden sollen ihn zur zeit des bischofs otto von jolin dahin gebracht haben oder aber wie wieder andere behaupten soll ein edelmann aus triglaff wohin der götze zuerst gekommen war ihn dahin gebracht haben als derselbe nämlich einmal mit anderen edelleuten krieg führte hatte er den götzen mitgenommen und wie ihm die feinde nun hart aufs leib gingen soll er ihn unter dem großen steine bei tycho vergraben haben um ihn im streite nicht zu verlieren die volkssagen von pommern und rügen von judokus temme diese librivox aufnahme ist in der public domain sage 188 die steine bei pumlo auf der feldmarkt des dorfes pumlo unweit belgat liegen mehrere große steine in einem länglichen viereck in dessen mitte früher auch noch ein einzelner stein gelegen hat größer als die anderen vor wenigen jahren war dieser noch da seitdem ist er aber mit den meisten der herumstehenden von den leuten aus der gegend weggeholt von diesen steinen erzählt man sich daß einstens vor vielen jahren auf dem platze ein schweinehirt mitten zwischen seiner herde gestanden als ein priester mit dem heiligen abendmahle vorbeigezogen ist den hat der hirt verspottet und er ist zur strafe dafür sammt seiner ganzen herde auf der stelle in jenen steinhaufen verwandelt sage 189 hühnengräber auf rügen man findet wohl nirgends so viele und so große hühnengräber als auf der insel rügen sie sind teils von ungeheuren steinen aufgebaut welche einen umfang haben dass menschen von gewöhnlichen kräften und wenn deren auch noch so viele sich zusammen getan hätten sie nicht hätten aufrichten können sie sind teils von bloßer erde aber dann so groß dass sie wie kleine berge aussehen man glaubt daher auch nicht dass sie von menschenhänden errichtet sind vielmehr wissen die leute auf rügen dass die großen riesenweiber von denen in der heidenzeit die ganze insel bewohnt gewesen ist sie aufgebaut haben auf solche weise sind namentlich entstanden der steinsatz bei muckran auf jasmund er liegt links von dem genannten dorfe am wege nach dasin und nach dem dorfe kramparz er liegt ganz genau von osten nach westen besteht aus vielen steinen und hat eine länge von 36 und eine breite von zwölf schritten eine riesin hat hier ihre beiden kinder begraben die durch ihre sorglosigkeit in der see ertrunken waren deshalb stehen auch am westende des grabes zwei große ecksteine von denen der eine jetzt in der erde versunken ist der andere aber der auf der kante steht eine höhe von vier ellen misst der pfennikasten in der stubnitz er liegt im walde eine gute viertelstunde vom schwarzen see er besteht aus mehreren großen im viereck zusammengefügten steinen um welche herum einige kleinere steine aufgerichtet sind die priester der göttin hertha haben hierher das opfergeld gebracht welches für die göttin eingenommen war daher ist auch der name entstanden die siegsteine bei klein stressow dies sind mehrere stein kegel die gruppenweise in einer ebene am fuße der stressower tannen hügel nach der seite von dummertewitz hin stehen hier haben in uralten zeiten die mönchguter und putpusser einen blutigen kampf gehabt die riesenweiber welche den siegern beigestanden haben zum andenken diese steine aufgerichtet auf welcher seite der sieg gewesen weiß man aber nicht mehr der opferstein bei gwoltitz auf jasmund jenseits des gradbusch berges auf jasmund am fuße der gegenüberliegenden gwoltitzer berge breitet sich ein tal aus in dessen mitte liegt ein einzelner grauer stein länglich rund am nordende zugespitzt und oben glatt abgeplattet derselbe ist vier ellen lang und beinahe zwei ellen hoch er hat den alten heiden zum opfersteine gedient man findet noch oben auf der platte eine querlaufende rinne und unter derselben zwei vertiefungen in dem steine von denen die leute sagen daß der opferpfaffe in dieselben die blutkrabben gesetzt habe sage 190 der duperwort an der südseite des fleckens sagat auf der rögschen halbinsel jasmund findet man ein ungeheuer großes altes riesengrab der duperwort geheißen es hat einen umkreis von 170 schritten und ist 16 ellen hoch oben ist es mit allerlei strauchwerk und mit dornen bewachsen in den büchern heißt es zwar unter diesem duperwort sei eine riesin begraben und ein anderes riesenweib habe ihr dieses grab errichtet indem sie erde und steine dazu ganz allein von der stubnitz über eine halbe meile weit hergetragen habe allein die leute in sagat und ganz jasmund wissen es besser wie der duperwort entstanden ist es wohnte nämlich vor undenklichen zeiten auf jasmund ein mächtiges riesenweib unter deren botmäßigkeit die ganze halbinsel stand die hatte sich in einen fürsten von rügen verliebt und trug sich ihm zum gemahl an der rügensche fürst aber wollte nichts von ihr wissen und gab ihr einen korb darüber geriet die riesin in einen schrecklichen zorn und sie berief alle ihre kriegsleute zusammen um den fürsten zu zwingen dass er sie heirate oder sein ganzes land zu verwüsten weil sie nun aber befürchtete über die meerenge zwischen jasmund und rügen bei der lützower fähre mit ihrem kriegsfolge nicht geschwind genug hinüberkommen zu können so beschloss sie dieselbe auszufüllen so daß sie einen breiten und bequemen übergangsweg hätte zu dem ende ging sie zur stubnitz und lud all da ihre ungeheure schürze voll erde und steine wie sie damit aber bis in die gegend von sagat gekommen war da riß auf einmal ein loch in die schürze und aus demselben fielen so viel erde und steine heraus dass davon sofort der große hügel entstand da jetzt der duperwort heißt die riesin hatte sich dies unglück zwar noch nicht verdrießen lassen und war weiter gegangen bis zur lützower fähre allein hier war ihre schürze ganz zerrissen und von dem herausgefallenen entstanden die hügel die man in der nähe der fähre sieht das sah sie dann doch für ein böses zeichen an und sie stand nun von ihrem vorhaben ab sage 191 die neun berge bei rambin etwa eine viertel meile von dem dorf rambin auf rügen an der feldscheide der dörfer roten kirchen und goethe mitz sieht man auf flachem felde neun kleine hügel wie hühnengräber die von den leuten die neun berge oder auch die neun berge bei rambin genannt werden über ihre entstehung erzählt man sich folgendes es lebte vor langer zeit auf rügen ein großer riese der oft auf dem festen lande pommern etwas zu tun hatte den verdroß es sehr dass rügen eine insel war und dass er immer durch das meer warten musste er beschloß daher zuletzt dem abzuhelfen und er ließ sich eine ungeheure schürze machen die band er um seine hüften und füllte sie mit erde um diese in den gellen zu werfen und so einen erddamm von der insel bis nach pommern hin aufzuführen wie er nun aber mit seiner tracht bis über roten kirchen gekommen war da riß plötzlich ein loch in die schürze und es fiele neun haufen erde heraus das sind die neun berge bei rambin auf gleiche weise sind auch die 13 kleineren berge entstanden die man bei gustow findet denn als der riese das erste loch wieder zugestopft hatte und nun bis gustow gekommen war riß ein neues loch hinein und es fielen nun die 13 kleinen berge heraus der riese bekam übrigens seinen damm nicht fertig denn er hatte zu wenig erde übrig behalten so daß zwar der prosnitzer hagen und die halbinsel tricke entstanden aber doch noch immer ein zwischenraum von wasser blieb den er nicht ausfüllen konnte darüber ärgerte er sich so daß er plötzlich vom schlage gerührt wurde und starb der riesenstein bei nadelitz bei dem dorfe nadelitz auf frügen an dem wege wenn man nach posewald fährt liegt ein ungeheurer stein der riesenstein geheißen der ist auf folgende weise entstanden zu der zeit als zu filmnitz eine halbe meile von putbus eine christliche kirche gebaut wurde lebte auf frügen ein großer riese manche sagen es sei derselbe der die neun berge bei rambin aus seiner schürze hat fallen lassen den weil er ein heide war verdross der bau der kirche er sagte aber lass die würmer nur den ameisenhaufen bauen ich werfe ihn doch nieder wenn er fertig ist als die kirche nun fertig wurde und auch der turm aufgeführt war so nahm er einen gewaltigen stein damit stellte er sich auf den putbusser tannenberg und warf ihn mit großer gewalt nach der neuen kirche aber er hatte in seiner bosheit zu erstrecklich hart geworfen so daß der stein wohl eine viertel meile weiter über die kirche wegflog auf die stelle hin wo er noch jetzt liegt sage 193 das hühnenkrab bei nobin südöstlich von dem dorfen nobin auf der rügenschen halbinsel wittow findet man auf dem hohen ufer des meeres ein längliches viereck von großen hoch aufgerichteten steinen dasselbe ist von norden nach süden 44 schritte lang und am östlichen ende zehn schritte am südlichen aber noch etwas mehr breit auf der ostseite ist es von 18 auf der westseite von 22 großen steinen eingefasst auf der südseite stehen zwar nur zwei steine diese sind aber jeder sechs fuß hoch und stehen mit ihren flachen seiten einander zugekehrt in der mitte des vierecks liegen noch eine menge anderer steine die leute in der gegend nennen diesen steinhaufen das hühnenkrab sie sagen dass darunter ein vornehmer heide mit vielen schätzen begraben liege der teufel aber der diese schätze jetzt bewacht leidet es nicht dass man an sie herankommt man darf nicht einmal den acker in der nähe pflügen vor vielen jahren waren einmal ein paar leute zu nobin die sahen in einer nacht ein helles feuer in der mitte der steine brennen sie glaubten daß sie den schatz nur so heben könnten und fingen alsbald an zu graben aber sie starben plötzlich noch in derselben nacht saga 194 der mägdesprung auf dem rugat auf dem rugat bei bergen sieht man einen stein in welchem ganz deutlich die spuren eines frauenfußes und eines schlages mit einer peitsche abgebildet sind diese spuren sind auf folgende weise entstanden auf dem rugat war einst ein junker der ein gar großer und frecher mädchenjäger war der traf einmal bei diesem steine eine jungfrau die er mit seinen falschen liebesschwüren bestürmte so daß sie sich seiner kaum erwehren konnte als die nun zuletzt gar keinen ausweg mehr sah ihm zu entkommen da sprang sie in ihrer angst von dem steine auf welchem sie stand hinunter in die tiefe des tales hinein worüber der junker so zornig wurde daß er mit seiner reitgärte auf den stein schlug da war es denn wunderbar nicht nur daß die jungfrau unversehrt unten im tale angekommen war sondern auch daß sich die spur ihres fußes und des peitschenschlages in dem steine abgedrückt hatte sage 195 die sieben steinreihen auf der prore die halbinsel jasmund hängt mit der insel rügen durch eine schmale landenge zusammen die prore genannt auf dieser sieht man nach dem proravikin sieben reihen steine sie liegen so hoch dass jetzt keine wille an sie heranreichen kann und doch sehen sie aus als wenn sie von der meeresbrandung geklettet wären man erzählt sich dass in ganz alten zeiten der wind einmal sieben jahre lang ununterbrochen aus nordosten gewährt und jedes jahr eine von diesen steinreihen angesetzt habe der schatz im hause demmin unter den ruinen des hauses demmin liegen von alten zeiten her noch viele schätze vergraben sie liegen aber sehr tief so daß man in einer nacht nicht so viel graben kann um bis zu ihnen zu gelangen deshalb haben die leute die anfangs viel nach ihnen gruben zuletzt davon abstehen müssen denn wenn sie bis zur zwölften stunde der nacht gegraben hatten so stürzte auf einmal alles wieder zu und ihre ganze arbeit war vergebens doch glaubt man wenn der rechte mann käme so würde der die schätze wohl heben können bei denselben wacht übrigens ein ganz schwarzer hund einem knaben ist es einstmals geglückt von den schätzen etwas zu bekommen er hatte auf der ruine ball gespielt wobei ihm sein ball in eine öffnung des gemäuers gefallen war um ihn wieder zu holen stieg er nach und kam in ein großes dunkles gewölbe wo er eine halb offene tür sah durch welche licht schimmerte der knabe ging dem lichte nach und trat in einen ungeheuren saal der voll der reichsten schätze lag davon steckte er sich geschwind seine beiden taschen voll und ging zurück beim zurückkehren sah er jetzt wie an der türe ein großer schwarzer hund lag der hund schlief aber und er kam glücklich an ihm vorbei und wieder aus dem gewölbe heraus er lief mit seinen schätzen nach hause und erzählte wie er dazu gekommen er hatte aber eine stiefmutter die hart und geizig war die befahl ihm dass er zur ruine zurückkehren und sich noch einmal seine taschen voll holen solle das musste der arme knabe tun aber es hat ihn kein mensch aus der tiefe zurückkommend sehen abschnitt 31 von die volkssagen von pommern und rügen von jodogus temme diese libriwux aufnahme ist in der public domain sage 197 der schatz in demmin in der stadt demmin liegt ein großes festes haus von welchem die eine seite nach der straße der schnelle lauf genannt die andere aber nach der kaltischen straße hingeht in diesem hause und zwar in einem stalle desselben ist von alten seiten her ein großer schatz vergraben den bisher noch kein mensch hat heben können vor ungefähr anderthalb hundert jahren wohnte ein apotheker in demselben welcher johann kalt treu hieß dem wäre es beinah gelungen den schatz zu erhalten er träumte in einer nacht von demselben und desselbigen tages kam eine alte fremde bauerfrau zu ihm welche ihm die stelle anzeigte wo er ihn finden werde sie gebot ihm aber dabei wie er während des grabens kein wort sprechen dürfe der apotheker machte sich in der folgenden nacht ans graben und weil er von der frau gehört hatte daß der schatz sehr tief liege so mußten seine frau und tochter ihm helfen denn vor sonnenaufgang mußten sie fertig sein es dauerte auch nicht lange so stießen sie auf einen großen kessel allein darüber freute die frau des apothekers welche hoch schwanger war sich also daß sie in ihrer unvorsichtigkeit anfing zu sprechen da war dann auf einmal alles vorbei und sie fanden in dem kessel nichts als tote kohlen der teufel hatte dadurch auch so viele macht über sie bekommen daß auf einmal das alte mauerwerk an dem sie gegraben hatten einstürzte und die arme frau nebst ihrer tochter davon bedeckt wurde so daß sie kaum mit dem leben davon kamen der apotheker treu hat seitdem nicht wieder nach dem schatze gegraben vor ungefähr hundert jahren kam aber auf einmal ein mönch aus italien an der hatte in der bibliothek des papstes im vatikan zu rom herausgefunden daß der schatz noch da sei und wie man ihn heben könne er wollte auch die leute in demmin darüber belehren aber der magistrat der ihn für einen betrüger hielt ließ ihn nicht zur ausführung kommen sage 198 der schatz bei galko auf der feldmark des hofes zu galko am greifswalder botten liegt ein großer schatz vergraben den vor undenklichen zeiten die bauern von galko dort verborgen haben bei welcher gelegenheit das geschehen ist weiß man ebenso wenig als gerade die stelle wo der schatz liegt er kommt aber zum vorschein wenn einmal ganz galko zugrunde gegangen ist sage 199 die kriegskasse bei hanshagen in der gegend des dorfes hanshagen unweit greifswald soll wie die leute sich schon seit mehreren hundert jahren erzählen eine kriegskasse von mehr als 80 tausend talern vergraben stehen die stelle weiß man noch nicht denn der teufel bewacht sie und lässt keinen zu ihr sage 200 der schatz zu schwerinsburg nicht weit von anklamm liegt das schloß schwerinsburg welches dem grafen von schwerin zugehört dicht bei diesem schlosse hat die alte burg derer von schwerin gelegen von der man noch jetzt die trümmer sieht in diesen trümmern wohnen viele böse geister man kann das am besten daran wissen dass es ganz unmöglich ist zur nachtzeit ein pferd in die gegend derselben zu bringen es sind aber auch viele schätze darin vergraben es lebte vor mehreren jahren auf dem schloss schwerinsburg ein alter schäfer welchem dreimal nacheinander um mitternacht ein geist erschienen der ihm befahl aufzustehen und mit ihm zu gehen der schäfer fürchtete sich aber und als er es seinem herrn erzählte meinte dieser er habe wohl nur geträumt nach einiger zeit erschien der geist in des wieder und nun ging der alte mann mit ihm der geist führte ihn zu den ruinen der alten schwerinsburg und zeigte ihm unter denselben einen großen schweren kasten den er ihm nach hause tragen half am anderen morgen ging der schäfer wieder zu seinem herrn und zeigte ihm an was geschehen war der herr ließ den kasten in das herrenhaus holen aber er war jetzt so schwer daß vier pferde ihn kaum ziehen konnten und als man ihn öffnete fanden sich allerlei goldene münzen und pokale und geräte von gold und silber darin die man noch auf der schwerinsburg zeigt sage 201 der schatz und der stiefel nicht weit vom dorfe schwochow steht am wege nach püritz ein birnbaum unter welchem ein großer schatz vergraben ist bei demselben wacht der teufel es steht aber auch ein großer feuriger stiefel dabei und wer es wagt diesen anzuziehen dem muss der teufel den schatz heraus geben sage 202 die klosterruine zu eldenahr von dem ehemaligen reichen kloster und der kirche zu eldenahr sieht man jetzt noch schöne ruinen die weit ins land und in die see hinein schauen unter der ruine sollen noch allerlei wunder in der erde verborgen sein insbesondere soll ein großes tiefes gemach da sein zu welchem ein finsterer gang führt den man aber jetzt nicht mehr kennt in dem gemache steht ein tisch auf dem ein schwarzer pudel liegt neben dem tische steht eine große schwarze kutsche diese wird von dem hunde bewacht was es sonst noch für eine bedeutung hiermit hat weiß man nicht es wird aber wie die leute sagen an den tag kommen wenn der schutt von der ruine einmal ganz weggeräumt ist und man dann den gang zu dem gemache wird wiedergefunden haben vor ungefähr 70 oder 80 jahren kamen einst zwei kapuziner aus rom nach eldenahr die fragten bei dem damaligen landreuter nach einer verborgenen tür welche in das alte gemäuer unter der ruine führen sollte der landreuter gab ihnen seinen knecht mit und weil die kapuziner genau die gegend anzugeben wußten wo die tür sein solle so fanden sie diese wirklich bald unter dem schutte den der knecht nach ihrer anweisung auf die seite schaffen mußte so wie die kapuziner nun die tür berührten tat sich diese von selbst auf und die kapuziner mit dem knechte traten durch dieselbe unten in das gemäuer hier kamen sie in mehrere zimmer in den ersten war nichts zu sehen zuletzt kamen sie aber in eins in welchem viele leute am schreiben saßen von diesen wurden sie wohl aufgenommen und dann wieder entlassen nachdem die kapuziner viel heimliches mit ihnen gesprochen hatten als der knecht wieder an die oberwelt kam fand es sich daß er drei jahre fort gewesen war sage 203 die ruinen des klosters zu belbock da wo früher das mächtige und reiche kloster belbock gestanden hat sieht man jetzt nur noch einige arme tagelöhner häuser nur eine alte mauer sieht man noch von dem kloster sie soll von dem früheren speisesaal der mönche sein an dieser stelle sollen auch noch viele schätze in der erde verborgen liegen welche die mönche als das kloster eingegangen ist nicht haben mitnehmen können man erzählt sich daß ehedem öfters mönche von dem kloster oliva gekommen sind die haben sich die ruinen des klosters genau zeigen lassen und dann gemessen und gerechnet als wenn sie die stelle herausrechnen wollten wo die schätze verborgen liegen sie sollen aber nicht zurecht gekommen sein einmal hat man auch in dem schutt einer alten mauer einen großen goldenen schlüssel gefunden der hat zu der tür gehört welche das schatzgewölbe verschlossen hält und man hätte diese damit öffnen können aber der den schlüssel gefunden hat ihn um einen geringen preis an einen juden in treptow verkauft und zum unglück auch nachher die stelle nicht mehr finden können wo er gelegen hatte so wird man wohl nicht mehr zu den großen schätzen des klosters gelangen können sage 204 der schatz bei plate in der stadt plate in hinterpommern hausete früher das geschlecht derer von osten oder von der osten die zu einer zeit viel unwesen trieben und große schätze erbeuteten man sieht noch jetzt zwei große hohe gebäude welche die ostenschen schlösser gewesen sind sie sind voneinander durch die rega getrennt die zwischen ihnen durchfließt aber ein unterirdischer gang der unter dem flusse hergeht verbindet sie wieder miteinander in diesem gange sollen auch die vielen schätze der familie verwahrt liegen es kann aber kein mensch daran kommen denn sie werden von vier großen schwarzen hunden bewacht die niemanden hinzulassen es wagt sich auch keiner in den gang hinein denn man braucht nur wenige schritte zu gehen so hört man schon das heulen der hunde sage 205 sagen von golno die stadt golno an der ina soll in alten zeiten eine überaus große stadt gewesen sein eine der größten städte in deutschland der dammsche see soll bis an die tore der stadt gegangen sein und die leute wollen noch vor wenigen jahren auf dem sandmeere nach der wiegseite hin große anker in der erde gefunden haben auf der anderen seite soll der stadtwald da gewesen sein wo jetzt ein großes moor ist der pabenort genannt welches beinahe eine halbe stunde von der jetzigen stadt entfernt ist der thurm von golno ist damals so hoch gewesen daß er den schiffern auf der ostsee als leuchtturm gedient hat die stadt soll durch viele feuersbrünste bis auf den theil zerstört sein der jetzt von ihr übrig ist von dem ina fluß an welchem die stadt liegt erzählt man auch vielerlei wunderbares so sagt man daß die ina alle jahre ihr opfer haben müsse wenn das nun bald sein wird dann hört man auf ihr in den nächten vorher ein lautes juchen und klatschen auch ein großer schatz soll in der ina liegen nämlich unterhalb der brücke er wird von einem großen schwarzen tiere bewacht von dem einige sagen es sei ein hund der aber wie manche versichern halb ein hund und halb ein kalb sein soll um zwölf uhr des nachts kann man ihn immer sehen er geht dann über die brücke auf die wieg und am ufer entlang dann kehrt er zurück über die brücke und geht nun durch die straßen der stadt bis auf den markt auf dem markte kann man dann oft zu gleicher zeit einen großen leichenzug sehen wenn dieser vorüber ist geht auch der hund zu seinem schatze zurück sage 206 die drei ringe zu panzin eine meile von stargard nach osten hin liegt ein großes dorf mit einem alten und ansehnlichen schlosse panzin geheißen dasselbe gehörte früher dem johanniterorden wurde aber nachher ein borgisches lehn und ist jetzt im besitze der familie von puttkammer auf diesem schlosse lebte vorzeiten ein fräulein der erschien in einer nacht ein geist der ihr gebot aufzustehen und ihm in die kirche zu folgen anfangs scheute das fräulein sich auf sein drittes gebot gehorchte sie ihm aber wie sie nun in die kirche trat da sah sie am altare ein feuer brennen und der geist gebot ihr dass sie zu demselben hingehen und ihre schürze mit den glühenden kohlen füllen solle er ermahnte sie dabei dass sie beim weggehen sich nicht umsehen dürfe das fräulein tat zwar anfangs wie ihr geheißen war als sie aber zuletzt aus der kirche herausging da konnte sie nicht widerstehen sich noch einmal umzublicken allein auf einmal fielen alle kohlen auf die erde und verlöschten nur drei konnte sie geschwinde aufgreifen als sie mit diesen in das schloss zurück kam da waren es drei goldene ringe an diesen drei ringen hängt seitdem das glück und gedeihen der familie die das schloss besitzt darum werden sie mit großer sorgfalt verwahrt dennoch ist einer davon einmal verloren gegangen gleich darauf entstand im dorfe eine schreckliche feuersbrunst und das schloß bekam einen großen riß man schickte die beiden anderen darauf in ein kloster zuletzt hat man sie aber damit sie gar nicht verloren gehen könnten in dem schlosse eingemauert man sagt der geist den das fräulein gesehen solle einer von den kleinen unterirdischen gewesen sein deren es in der wiese bei panzin zu vielen hunderten gibt andere meinen das fräulein habe gar keinen geist gesehen aber es habe ihr in drei nächten nacheinander geträumt dass sie so tun solle wie sie nachher getan hat sie hätte auch nicht in die kirche gehen sollen sondern auf die wiese in welcher die unterirdischen wohnen wie sie nun wieder zurückgegangen da habe sie auf einmal einen ganzen haufen von diesen kleinen männlein gesehen darüber soll sie so erschrocken sein daß ihr alle kohlen bis auf die drei entfallen sind abschnitt 32 von die volkssagen von pommern und rügen von jodokus timme diese librivox aufnahme ist in der public domain sage 207 der schatz bei lanken nicht weit von dem kirchdorf lanken auf rügen dicht beim walde liegt ein schatz in der erde vergraben den der teufel bewacht und den noch keiner hat heben können in einer herbstnacht kamen einmal drei bauern aus einem benachbarten dorfe die in lanken zur hochzeit gewesen waren des weges geritten und sahen an der stelle ein feuer als wenn dort ein großer haufen kohlen am brennen wäre die bauern dachten gleich daß da der schatz liegen müsse sie hatten aber keinen muth näher heranzureiten denn sie fürchteten daß der teufel der den schatz bewacht ihnen den hals umdrehen möchte nur einer von ihnen wagte es er ritt hin ohne ein wort zu sprechen sprang vom pferde ab und füllte sich alle seine taschen mit kohlen als er aber zu hause kam und nachsah was er mitgebracht habe da fand er nichts als tote mäuse in seinen taschen nun sagten ihm die leute zwar daß er vorher salz auf die brennenden kohlen streuen müsse und er ging wieder hin und tat das auch aber er brachte doch auch das mal nichts zu hause als nur schwarze holzkohlen es muß also eine ganz eigene bewandtnis mit dem heben dieses schatzes haben sage 208 die jungfrau im ziegenorder forst in dem ziegenorder forst zwischen stettin und uckermünde sah man in früheren zeiten oft eine weiße jungfrau sitzen die laut weinte und durch den wald klagte sie saß gewöhnlich an einem kleinen bache der dort unten im tale fließt sie war dorthin gebannt worden und konnte nicht anders erlöset werden als wenn jemand sie am st johannistage durch den bach trug sie hat viele viele jahre hierauf warten müssen und manchen johannistag hörte man ihr klagen und bitten um erlösung an die vorübergehenden durch den wald schallen alle die da vorübergingen und sie sahen und hörten fürchteten sich vor dem zauber und wagten nicht heranzugehen sondern machten daß sie eilig von dannen kamen zuletzt an einem st johannistage war einstmals ein jäger an dem bache eingeschlafen wie der um mittag aufwacht da sieht er die jungfrau vor sich stehen sie hatte wunderschöne augen und sie weinte und klagte bitterlich über ihr großes elend und bat ihn daß er sie durch die furt tragen möge da wurde der jäger gerührt er faßte sich ein herz nahm sie auf seinen arm und trug sie eilend durch die wellen des kleinen baches und als er sie an der anderen seite auf das grüne ufer legt da war plötzlich der zauber gelöset und die jungfrau verschwunden aber an der stelle wo sie ihm erschienen war sah der jäger jetzt einen großen unermeßlich reichen schatz liegen den die jungfrau hatte verwahren müssen den nahm er zu sich und er wurde für sein leben lang ein reicher mann man erzählt auch daß einige zeit vor ihrer erlösung durch den jäger an einem johannistage ein bauer mit einem futter holze bei ihr vorbeigekommen sei den hat die jungfrau freundlich angeredet mit den worten lot aff den fodder holt lot up ein fodder gold trag mir hier dörr davon soll ock nisch schwere gon der bauer hat aber keine lust gehabt sondern ihr erwidert dat gold kann mir nich raken na kord mod igt verladen do helpt ken hoher mod wann kümmert de bittre dood darauf ist denn die jungfrau unter vielen weglagen verschwunden sage 209 prinzessin swanfitte bei der stadt garz auf rügen befindet sich ein see neben welchem früher ein schloss der heidnischen könige gestanden hat als dieses schloss vor vielen jahren von den christen genommen und zerstört ist hat darin ein alter heiden könig gelebt der ist sehr reich gewesen und so geizig dass er immer bei seinen schätzen von gold und edelsteinen gelegen hat die er in einem großen saale tief unter dem schlosse aufgehäuft hatte darin wühlte er tag und nacht umher und als das schloss von den christen zerstört wurde da lag er auch darin verschüttet so daß er eines elenden hungertodes sterben mußte darauf weil seine seele von dem irdischen gute nicht scheiden konnte wurde er in einen schwarzen hund verwandelt der nun immerwährend die goldhaufen bewachen muß zuweilen sieht man ihn auch in seiner menschlichen gestalt mit helm und panzer angethan auf einem schimmel über die stadt und über den see reiten manchmal hat er dabei anstatt des helmes eine goldene krone auf andere haben ihn auch wohl in der nacht im gaza holze an dem wege nach posaritz gesehen wie er mit einer schwarzen pudelmütze auf dem kopfe und einem weißen stocke in der hand herumwandelt wie nun dieser alte heidenkönig erlöset werden kann das mag folgende geschichte erzählen viele jahre nachher begab es sich daß in bergen ein könig von rügen wohnte der eine schöne tochter hatte swanfide geheißen zu der kamen viele fremde prinzen um sie zu freien sie wollte aber keinen von ihnen als den prinzen peter von dänemark der ein feiner und stattlicher mann war und ihr ausnehmend wohl gefiel der wurde also ihr verlobter bräutigam und es sollte bald die hochzeit sein hierüber ärgerte sich sehr ein polnischer prinz der auch zu ihren freiern gehörte und weil er von tückischem boshaften gemüte war so streute er glaubhaft unter die leute aus die prinzessin führe ein unsüchtiges leben und habe manche nacht bei ihm zugebracht das wußte er so glaublich zu machen daß alle ihm traueten und so reißete nun ein freier nach dem andern fort und auch der prinz von dänemark wollte nichts mehr von der verlobung wissen die geschichte kam zuletzt an den könig und er glaubte sie wie die anderen und geriet darüber so in zorn daß er die prinzessin schlug und ihr haar zerriss und sie in einen finstern turm einsperren ließ damit er sie nimmer wieder vor augen bekäme in dem turme saß die prinzessin wohl über drei jahre und sie krämte und mühte sich vergebens wie sie ihrem vater ihre unschuld beweisen solle da fiel ihr zuletzt die geschichte mit dem alten heidenköniger ein und wie derselbe erlöset werden könne dies soll nämlich geschehen können wenn eine reine jungfrau den mut hat in der johannis nacht zwischen zwölf und ein uhr nackt und einsam den schlosswall an dem gazasee zu ersteigen und darauf rückwärts so lange hin und her zu gehen bis sie gerade auf die stelle trifft unter der bei der zerstörung des schlosses die tür und die treppe zu der schatzkammer des alten königs verschüttet sind sie wird dann hinunter gleiten aber ohne schaden zu besorgen und nun kann sie so viel gold und edelsteine nehmen als sie tragen kann und damit bei sonnenaufgang wieder zurückgehen was sie nicht selbst tragen kann wird ihr der alte könig nachtragen also dass sie zeit lebens geld und gut genug haben wird sie darf sich aber die ganze zeit über kein einziges mal umsehen und sie darf kein einziges wort sprechen sonst gelingt es ihr nicht und sie kommt elendiglich um ebenso ergeht es ihr wenn sie keine keusche jungfrau ist dieses fiel der prinzessin swanfide in ihrem einsamen gefängnisse ein und sie gedachte das wagestück zu unternehmen um so ihrem vater und der ganzen welt zu beweisen daß sie rein und unschuldig sei und daß der schlechte pole sie belogen habe sie ließ daher ihr vorhaben dem könige anzeigen und bat ihn um erlaubniß dasselbe auszuführen das wurde ihr gestattet als nun einige zeit nachher die johannis nacht kam da ging die prinzessin allein von bergen nach garz und wie es vom garzer kirchturm mitternacht schlug so tat sie ihre kleider von sich und betrat den schlosswall auf dem sie nun rückwärts auf und abschritt mit einer johannisrute die sie mitgenommen hatte die erde berührend nicht lange war sie so geschritten da tat sich die erde auf und sie glitt sanft und langsam tief hinunter bis in einen großen saal in dem über tausend lichter brannten so daß es darin heller war als am klarsten mittage die wände des saals waren von marmor und diamantenspiegeln und der ganze saal voll großer haufen von silber gold und edelsteinen hinten in einer ecke saß der könig der alle diese schätze bewachte es war ein kleines graues männchen das ihr zuwinkte um ihr mut einzusprechen sie aber fürchtete sich nicht und begrüßte den könig nur leise mit der hand da erschienen auf einmal eine große menge herrlich gekleideter diener und dienerinnen die füllten alle ihre hände und kleider mit gold und edelsteinen und also tat auch die prinzessin und wie sie genug hatte da trat sie ihren rückweg an und alle die diener und dienerinnen folgten ihr wie sie so nun schon viele stufen hinaufgestiegen war so ward ihr auf einmal bange ob jene mit den schätzen ihr auch wohl folgen würden und sie wandte sich um nach ihnen zu sehen aber das war ihr großes unglück denn auf einmal verwandelte sich der alte könig in einen großen schwarzen hund der mit feurigem rachen und glühenden augen auf sie zusprang und wie sie nun weiter vor angst und entsetzen laut ausriff o herrje da schlug auf einmal die thür über ihr mit lautem knalle zu und die treppe versank und sie fiel in den großen saal hinein in dem die lichter plötzlich verlöschten darin sitzt sie nun schon viele hundert jahre lang und muß dem alten heidenkönige helfen seine schätze zu hüten sie kann nur erlöset werden wenn ein reiner junggesell es wagt in der johannisnacht auf dieselbe weise wie sie es tat auf den gaza schlosswald zu gehen und in die schatzkammer hinabzufallen er muß sich dann dreimal vor ihr neigen und ihr einen kuss geben und sie still an der hand herausführen sprechen darf er dabei kein wort wer sie so herausbringt der wird ihr gemahl werden und so viel schätze erwerben dass er sich ein ganzes königreich kaufen kann es sollen schon viele dieses waagestück versucht haben aber es ist noch keiner zurückgekommen man sagt der alte schwarze hund sei so schrecklich dass alle die ihn sehen vor entsetzen laut schreien müssen und dann ist alles vorbei zuletzt soll noch vor dreißig oder vierzig jahren ein schuhmacher gesell hier verschwunden sein sage 210 die schwarze frau auf dem königsstuhl in rügen hat einst eine fürstin gelebt die viele schätze hatte sie fürchtete dass ihr diese geraubt werden möchten und sie ließ sie daher in dem kreidefelsen der stubbenkammer vergraben die gräber aber ließ sie darauf hinrichten damit sie nicht verraten sollten wo die schätze lägen dafür muß sie nun noch immer bei denselben in dem bergewache halten alle jahre am johannistage kommt sie aus dem innern des felsens hervor und setzt sich oben auf den königsstuhl dort wartet sie den ganzen tag ob keiner kommen will die schätze zu heben und sie zu erlösen auf welche weise dies geschehen kann weiß man nicht abschnitt abschnitt 33 von die volkssagen von pommern und rügen von jodogus temme diese librivox aufnahme ist in der public domain sage 211 die jungfrau am waschstein bei stubbenkammer dicht bei stubbenkammer auf rügen erhebt sich am strande des meeres der waschstein in einer höhle unter demselben hat vor zeiten der berüchtigte seeräuber störte bäcker seine niederlage gehabt dorthin zog er um von seinen räubereien auszuruhen mit seiner bande welche im lande den namen der vitalienbrüder hatte dort verbarg er seine großen geraubten schätze dieser zufluchtsort war allen seinen verfolgern unbekannt und er war deshalb in demselben sicher vor verfolgung in dieser höhle ist es noch jetzt nicht geheuer und man trifft allnächtlich um mitternacht einen seltsamen spuk darin insbesondere sieht man oft eine trauernde jungfrau daraus hervorkommen mit einem blutigen tuche in der hand mit demselben begibt sie sich an das wasser um die blutflecken herauszuwaschen aber dies will ihr nicht gelingen und sie geht dann seufzend in die dunkle höhle zurück von dieser jungfrau erzählt man dass sie ein vornehmes fräulein aus rieger gewesen ist die hat störte bäcker einmal auf einem raubzuge nach liefland gefangen und mit sich weggeführt gerade als sie ihrem bräutigam sollte angetraut werden der deutsche ordensmeister hat ihn zwar mit vielen schiffen verfolgt ihn aber nicht einholen können darauf hat störte bäcker sie in die höhle am waschstein gebracht und wie er wieder zu einem neuen zuge ins see gegangen hat er sie darin samt allen seinen geraubten schätzen eingeschlossen von diesem zuge ist er aber nicht wieder heim gekehrt denn es war im jahre 1402 und in diesem selbigen jahre wurde er mit 711 seiner spießgesellen von den hamburgern nach einem blutigen treffen eingefangen und nach hamburg gebracht wo sie sämtlich hingerichtet wurden die jungfrau musste darauf weil niemand sie befreien konnte in der höhle am waschstein einen schrecklichen tod sterben und sie hat noch immer bei den schätzen die sie bewacht keine ruhe finden können vor vielen jahren sah sie einmal ein fischer wie sie unten am waschstein stand und das blutige tuch vergebens in das meer eintauchte und vergebens die blutflecken heraus zu ringen suchte er fasste sich ein herz und ruderte näher zu ihr hin und redete sie an mit den worten gott helf schöne jungfrau was machst du so spät hier noch allein die jungfrau verschwand darauf aber der fischer war wie von einer zauberei befangen so dass er nicht von der stelle konnte und wie nun mitternacht kam da sah er die jungfrau sie trat zwischen den kreidefelsen hervor auf ihn zu und sprach zu ihm weil du gott helft zu mir gesprochen so ist dein glück gemacht folge mir nach damit kehrte sie zwischen die felsen und erfolgte ihr in eine große weite höhle die er vorher noch nie gesehen darin lagen unermessliche haufen von silber gold edelsteinen und kostbarkeiten aller art wie der fischer die noch überschaute so hörte er auf einmal auf der see ruderschlag und als er sich danach umblickte da sah er ein großes schwarzes schiff nahen aus dem selben stiegen an die tausend männer alle in dunkler alter tracht und alle das haupt unter dem arme tragend sie schritten still und ohne ein wort zu sprechen in die höhle hinein und fingen an in den geraubten schätzen zu wühlen und sie zu zählen das waren die geister des geköpften störte bäcker und seiner genossen sie kommen jede nacht so dahin und zählen ihren raub ob er noch vorhanden ist nachdem sie lange in dem golde herumgewühlt hatten verschwanden sie alle wieder und nun füllte die jungfrau dem fischer einen krug mit gold und edelsteinen dass er zeit lebens der reichtümer genug hatte darauf geleitete sie ihn zu seinem schiffe zurück und als er sich wieder nach ihr umsah war sie zusammen mit der höhle verschwunden oben auf dem waschstein kann man auch alle sieben jahre ein meerweibchen sehen die dann aus der see steigt um sich oben auf dem steine in der sonne zu waschen sage 212 die schwarze frau in der stubbenkammer in der stubbenkammer auf der insel rügen befindet sich eine große tiefe höhle die höhle der schwarzen frau genannt das führt zu derselben ein steiler und schmaler pfad der tief in die felsen hineingeht in dieser höhle sitzt eine schwarze frau sie sitzt da schon seit vielen hundert jahren und ist jetzt auf ewige zeiten dahin gebannt früher bewachte sie einen goldenen becher und damals hielt eine weiße taube oben auf dem felsen die wacht das ist aber jetzt anders denn einstens vor mehr als hundert jahren kam ein schiff aus dem meere daraus stiegen viele fremde und hohe männer die fragten wo die höhle der schwarzen frau sei und als man sie ihnen gezeigt hatte so begaben sie sich dahin mit einem missetäter den sie mit sich führten dieser war in seiner heimat zum tode verurteilt aber der könig hatte ihn begnadigt wenn er den becher holen werde den die schwarze frau bewachte die männer führten ihn bis auf den felsenpfad der zu der höhle geht dort lösten sie seine fesseln und nun mußte er allein zur höhle gehen er fand sie offen die ganze höhle war voll heißer heller flammen so daß man es vor hitze nicht darin aushalten konnte mitten in diesem feuer saß unbeweglich die schwarze frau sie war ganz in schwarze kleider gehüllt und ein schwarzer schleier hing vor ihrem gesichte neben ihr lag von reinem golde der becher den sie hütete der missetäter schritt sagend aber doch eilig um aus diesem meere von blut zu entkommen auf sie zu und langte nach dem becher da bewegte sich die schwarze frau und sagte mit klagender stimme zu ihm wähle recht fremder mann wenn du recht wählst so bin ich auf ewig dein aber der missetäter sah nichts als den becher den ergriff er und lief eiligst damit fort aus der höhle denn er verstand die worte der frau nicht und dachte nicht daran daß er sie selbst hätte nehmen und erlösen sollen im zurückkehren hörte er sie schwer und tief hinter sich seufzen und sie klagte mit trauriger stimme wehe mir nun kann mich keiner mehr erlösen in dem augenblicke verschwand auch die weiße taube oben vom felsen und an ihrer stelle sah man einen schwarzen raben der dort jetzt die ewige wacht hält die schwarze frau jammerte aber in der höhle so laut daß alle männer als der missetäter ihnen den becher übergab sie deutlich hörten sie entsetzten sich darüber und trugen als wenn sie dadurch die frau befreien könnten den becher in die benachbarte kirche zu bobbien wo man ihn zum ewigen andenken noch jetzt sehen kann sage 213 die seejungfer im haff im oder haff ist schon seit undenklichen zeiten eine wunderschöne seejungfer wenn die schiffer besonders die fischer am ufer arbeiten so steigt sie oft bis an den halben leib aus dem wasser heraus und sieht ihren arbeiten zu sie sagt nichts aber wer sie so sieht dem bedeutet sie glück der schimmecke in leutz auf den schlössern in pommern gab es in früheren zeiten viele poltergeister die das volk schimmecke nannte man mußte sie sich zu freunden halten dann taten sie niemandem etwas zuleide sonst konnten sie aber sehr böse werden ein solcher schimmecke war auch auf dem alten schlosse zu leutz er war schon lange jahre dagewesen und man mußte ihm jeden abend einen irdernen topf mit süßer milch vorsetzen die aß er über nacht auf und also that er keinen schaden wie aber zu einer zeit gegen das jahr 1370 die mecklenburger das schloss inne hatten so war darin ein übermütiger küchenjunge der nahm dem schimmecke einstmals die milch weg und trang sie selbst aus dem geiste spöttische worte gebend das vertroß diesen sehr und wie am anderen morgen früh bevor noch der koch aufgestanden der küchenjunge in die küche kam und das feuer anmachte da ergriff der schimmecke den buben zerhauerte ihn in stücke und steckte diese in den großen krabben der mit heißem wasser auf dem feuer stand danach kam der koch in die küche und wollte fleisch holen dasselbe in den graben zum kochen zu werfen da lachte aber der schimmecke und sagte zu dem koche das fleisch sei schon gar er solle nur anrichten und es aufsetzen der koch sah in den krabben und fand darin die gekochten hände und füße und erkannte dass sie des buben waren darüber erschrak er sehr der geist ist von der zeit an aus dem schloss weggezogen und hat sich nicht wieder sehen lassen der graben worin der küchenjunge also gekocht worden ist nachher noch viele jahre auf dem schloss gezeigt wo er jetzt ist weiß man nicht sage 215 die kobolde mit den roten hosen zu einer zeit gab es in kreiswald eine menge grässlich anzusehender kleiner kobolde welche rote hosen an den beinen trugen sie hielten sich besonders in der knopfstraße auf wo sie die häuser besetzten und auf den böden ihr spektakel trieben und dann oben aus den schornsteinen herausguckten und die leute auf der straße verhöhnten wenn man sie fangen wollte so entsprangen sie durch die schornsteine und man sah ihre roten hosen oft schon auf dem dritten dache wenn man sie noch in dem ersten hause suchte endlich verschwanden sie von selbst abschnitt 34 von die volkssagen von pommern und rügen von jodokus temme diese librivox aufnahme ist in der public domain sage 216 die erdgeister in greifswald in der stadt greifswald und der umgegend hielten sich in früheren zeiten viele unterirdische erdgeister auf von den leuten gewöhnlich nur die zwerge genannt sie haben sehr lange dort gehauset bis sie zuletzt auf einmal ganz aus dem lande gezogen sind zu welcher zeit und bei was für gelegenheit dies geschehen ist weiß man nicht mehr aber man weiß noch recht gut den weg den sie genommen und dass sie bei jarmen aus pommern gegangen sind von da sollen sie sich weiter in das gebirgige land begeben haben diese erdgeister hatten gewalt über alles gold und silber und über die edlen steine die in der erde verborgen liegen sie waren auch im ganzen gutmütig und halfen den menschen gern und taten ihnen gutes dabei trugen sie aber manchmal ein sonderbares verlangen nach hübschen menschenkindern so dass sie die den leuten oft aus der wiege stahlen und ihre hässlichen wechselbelge dafür hinlegten oft auch verliebten sie sich in hübsche mädchen und begehrten ihrer zur ehe der weg zu ihren unterirdischen wohnungen ging gewöhnlich durch einen schmutzigen ort zum beispiel unter dem gussloche des spülichts oder unter einer tranktonne her des tages krochen sie in gestalt von fröschen oder anderem häßlichen ungeziefer umher des nachts aber zeigten sie sich in ihrer eigentlichen gestalt besonders tanzten sie gern im mondschein und waren dann vergnügt und lustig man erzählt sich viele sonderbare geschichten von ihnen so war einmal in greifswald eine frau die verwünschte eines abends wie es schon spät war ihr kind weil es so arg schrie und die frau nicht schlafen konnte da tat sich auf einmal die tür leise und behände auf und es schlich sich ein zwerg herein der riß ihr schnell das kind vom schoße und lief damit fort die frau hat das kind niemals wieder gesehen einer anderen frau glückte es eines abends noch eben ihr kind an der ferse festzuhalten als sie eingeschlafen war und ein zwerg es ihr vom schoße hatte stehlen wollen ein andermal kam zu einer köchin eine große dicke kröte in die küche die köchin nahm einen spaten um das tier tot zu schlagen dieses aber kroch geschwind unter eine tranktonne und rettete so mit genauer not sein leben nicht lange danach wurde das mädchen von den zwergen zu gevatter gebeten und wie sie zugesagt hatte des nachts unter dem back troge in die erde geführt sie musste viele treppen heruntersteigen bis sie in das zimmer der kindbitterin kam hier war alles von gold und silber und die wöchnerin selbst war über und über mit juwelen bedeckt nachdem das kind getauft war setzte man sich zu tische der tisch war gedeckt mit lauter gold durchwirkten lagen und mit vielen köstlichen speisen besetzt die in silbernen und goldenen schüsseln standen aber über dem kopfe der köchin hing auf einmal ein großer schwerer mühlstein an einem seidenen faden darüber erschrak die köchin sehr und wollte in ihrer angst geschwinde aufstehen die kindbitterin sagte aber zu ihr fürchte dich nicht dir wird nichts geschehen ich wollte dir nur zeigen wie angst mir war als du mich vor kurzem in der küche mit dem spaten verfolgtest und mein leben auch an einem seidenen faden hing das mädchen konnte aber doch seine furcht nicht verwinden bis es zuletzt mit vielen geschenken entlassen wurde wieder ein andermal hatte sich ein vornehmer zwerg in ein schönes mädchen verliebt und begehrte sie mit gewalt zur frau das mädchen hatte zwar einen großen widerwillen gegen ihn weil er so klein und gewiß nicht schön war und sie konnte sich nicht dazu entschließen ihn zu heiraten er steckte sich aber hinter ihren vater und weil er diesem viel geld und gut versprach so mußte sie ihm zuletzt ihre hand zusagen nun kam sie aber mit ihm überein daß sie ihrer zusage los sein solle und er wolle von ihr abstehen wenn es ihr gelinge seinen namen zu erfahren das mädchen kundschaftete lange zeit vergebens zuletzt half ihr der zufall es fuhr nämlich in einer nacht ein fischhändler die straße nach greifswald wie der an einer stelle viele zwerge lustig im mondschein tanzen und springen sah da hielt er verwundert an und nun hörte er auf einmal wie einer der zwerge in seiner freude laut rief wenn meine braut wüsste dass ich doppeltürk heiße sie nähmen mich nicht das erzähle der fischhändler des anderen tages im wirtshause zu greifswald und von der wirtstochter hörte es die braut diese dachte gleich daß das ihr liebhaber gewesen sei und wie dasselbe wieder zu ihr kam nannte sie ihn doppeltürk da verschwand der zwerg in großem ärger und die liebschaft hatte ein ende sage 217 die ullakens bei böck die kleinen in der erde wohnenden und den menschen freundlichen zwerge werden in manchen gegenden von pommern von den leuten ullakens genannt man findet sie an vielen orten fast bei jedem berge erzählt man etwas von ihnen am glantower see bei dem dorfe böck liegt ein berg in welchem auch die ullakens sind vor noch nicht vielen jahren wohnte am ende des dorfes eine alte frau mit der sie gute freundschaft hielten sie besuchten dieselbe oft und baten sie ihnen einen backtrog zu leihen die frau tat das gern und als sie am andern morgen den trock zurück brachten hatten sie zur dankbarkeit ein schönes feines brot hineingelegt ein andermal hörte diese frau wie des nachts unten in ihrem keller musik und sonstiges geräusch war sie ging daher hinunter um zu sehen was es da gebe und er blickte durch eine spalte der tür dass der keller hell erleuchtet und voller ullakens war einer von ihnen saß auf einem fasse und geigte und die übrigen tanzten und spielten und schmauseten die frau beging nun die unvorsichtigkeit dass sie mit ihrem lichte in den keller hinein trat das fremde licht konnten die ullakens nicht vertragen sie verschwanden deshalb augenblicklich und löschten ihre lichter und auch das licht der frau aus dass sie kaum aus der finsternis sich wieder herausfinden konnte böse waren sie ihr aber nicht geworden denn als sie am anderen morgen in den keller zurück ging fand sie darin schöne sachen welche die ullakens ihr zum geschenke zurückgelassen hatten sage 218 die unterirdischen bei bernstein auch in der gegend der stadt bernstein in pommern halten sich viele kleine zwerge auf welche von den leuten dort die unterirdischen genannt werden einer von ihnen kam einstens auf lange zeit zu einem armen schuhmacher und half ihm bei der arbeit so dass der schuhmacher schon anfing zu gelde zu kommen da fiel es dem mann ein sich gegen den kleinen dankbar zu beweisen und er ließ ihm einen hübschen neuen rock machen so etwas können die unterirdischen aber nicht vertragen und als der zwerg daher den rock bekam ging er gleich fort mit den worten meister nun hast du mich abgelohnt nun ist es mit der arbeit aus er kam auch nicht wieder die unterirdischen bei budow in dem dorfe budow unweit stolpe war einstens ein schäfer der hatte einen dudelsack auf dem er sich bei den schafen auf dem felde etwas vordudelte als er nun auch einmal saß und spielte da sah er einen frosch vor sich der sprang herum als wenn er ordentlich nach der musik tanzte da sah der schäfer eine weile an zuletzt wollte er mit dem fuße danach stoßen auf einmal war aber der frosch verschwunden über eine kleine weile fand sich nun ein klein menschen ein unterirdischer zu ihm ein der fragte ihn mein lieber schäfer wollte er den frosch totmachen der schäfer sagte nein das war ich nicht willens ich wunderte mich nur dass das ding so putzig sprang da sagte das menschen zu ihm mein lieber schäfer wenn er den frosch totgemacht hätte so hätte er mich getroffen denn der frosch war ich darauf bat das menschen den schäfer ob er nicht mit ihm gehen wolle zu den leuten von seiner art und ein bißchen auf dem dudelsacke spielen denn seine tochter mache heute hochzeit der schäfer entgegnete ihm das geht nicht denn wo würden unter des meine schafe bleiben das menschen versprach ihm aber sie sollten gut versehen werden worauf der schäfer sich bereden ließ und mit ihm ging sie gingen nur ein klein ähnchen da tat sich die erde vor ihnen auf und sie stiegen eine treppe hinunter bis sie in eine schöne stube kamen darin waren so viele gäste beisammen daß es ordentlich krimmelte und wimmelte zuerst trug man dem schäfer viel essen und trinken auf den tisch und bat ihn davon zu genießen nach dem essen dudelte er dann die ganze nacht durch und die kleinen leute tanzten und sprangen daß ihnen die kittel um den kopf flogen als es tag geworden war so bat der schäfer sie möchten ihn jetzt wieder zu seiner herde bringen das waren sie zufrieden aber vorher kamen viele an ihn heran und steckten ihm alle taschen voll kerbspäne doch merkte er nichts davon denn er hatte von dem vielen trinken etwas zu viel in der krone darauf brachten sie ihn auf den weg und dasselbige menschen das ihn geholt hatte führte ihn wieder auf das feld wo seine schafe noch waren und verschwand dann nachdem es ihm nochmals viel gedankt hatte wie der schäfer nun mit seinen schafen nach hause trieb da kamen ihm auf einmal seine taschen so schwer vor und als er hinein fühlte da fand er die kerbspäne darin das verdroß ihn denn er meinte die unterirdischen hätten ihn zum narren gehabt und er schmiss sie nun alle von sich auf die erde nur die tasche vorn auf der brust vergaß er und was er in dieser hatte ließ er darin das war gut bis er des abends sich auszog um zu bette zu gehen da hörte er auf einmal in der brusttasche etwas klingen das verwunderte ihn und wie er hineingriff so hatte er die ganze tasche voll harter taler da merkte er wohl dass ihm die unterirdischen das als bezahlung für sein spielen gegeben hätten und er ärgerte sich dass er so viel weggeworfen hätte die nacht wurde ihm recht lang und am anderen morgen war sein erstes dass er zurück ging und nach den weggeworfenen spänen suchte aber er fand davon nichts wieder sage 220 das patengeschenk in der gegend von stralsund lebte einstmals eine fromme frau als die eines abends gerade in der postille las klopfte es an ihre tür und es trat ein ganz kleines fräuchen herein das war eine kindhaufbitterin der unterirdischen und ladete die fromme frau zur kindhaufe ein diese erstaunte zwar darüber sagte aber endlich zu und das fremde weiblein versprach darauf sie abzuholen nach ein paar tagen kam die unterirdische wieder und holte die frau ab sie führte diese aber nicht aus dem hause sondern durch die hoftüre in ihren eigenen kuhstall und dort ging sie mit ihr eine treppe hinab welche die frau vorher noch nie gesehen hatte so kamen sie in ein schönes gemach wo viele unterirdische waren und die kindhaufe gehalten wurde als diese vorbei war gaben alle die unterirdischen frauen der kindbitterin ein patengeld daran hatte die fromme frau aber nicht gedacht und sie hatte nichts bei sich sie wollte sich darüber sehr entschuldigen aber die unterirdischen sagten ihr das schade nichts sie baten sie dagegen daß sie doch den kuhstall verlegen möge indem die jauche ihnen gerade auf ihren tisch komme das versprach die frau und sie waren darüber sehr froh die frau hat auch ihr versprechen gehalten